und Mr. Fantastic ist immer noch dort was soll denn das Mr. Fantastic geht's dir gut? hochklettern hochspringen so und jetzt loslaufen nein ach alter jetzt respond der auch wieder hier ich musste ihn bloß auf die andere Seite wieder bringen und dann ist alles gut weil alleine schafft er es nicht wie wir gerade gesehen haben so jetzt ist er quasi wieder da jetzt können wir noch mal wechseln und hier oben noch ein bisschen was zerstören und dann müsste er eigentlich auch bald zu uns gelaufen kommen eigentlich denn er weiß ja wir brauchen seine Hilfe und er ist wo ist er er ist er ist immer noch am Anfang Autsch na gut dann laufen wir mal los und ich habe gedacht er würde er würde von alleine zu uns kommen aber naja man so und jetzt los 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 sehr gut drücken 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 ja und wollen wir mal reingehen mal sehen was gibt's na also alles kaputt machen wir geht das geht das Hulk kannst du noch mal kurz smashen okay und rein da und ich zerstampfe dich mit diesem Kupfer platzierten Schuhwerk hey aufpassen kleiner was los hey wir sind in der Statue schon lustig da lebe ich jahrelang in New York und war noch nie hier drin wie wäre es mit einer Führung wir beginnen jetzt mit dem Angriff sehr schön sehr schön oh jetzt geht's schon wieder los hier keine Ruhe hat man hier gleich wieder au 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 Elektroschops mag ich nicht jetzt sind wir also in der in der Statue drinnen wunderbar ja gut Hulk ist halt sehr stabil deswegen kann man da einfach mal drauf treten und zack ist man schon mal da drinnen so hier mal kaputt machen aber ich glaube wir brauchen gleich mal Rorowin wenn ich hier noch mal kurz rumwerfe so das ist schon zufrieden alles gut Rorowin du bist gefragt ja mach erstmal den schönen Esstisch kaputt will eh grad keiner essen so oh hier wieder Haufen Haufen Diamanten ey das ist also Steine ist ein Traum so viel auf einmal da hätten wir uns was 2 von 5 oh 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 ok da muss ich dann genau gucken doch noch was funktioniert das Schrott ist älter als ich ja seid schon lange aktiv ne in den Storturm ähm läuft schon mal alles nicht mehr so wie es laufen sei so Mr. Fantastic du bist gefragt zum ersten Mal mit eigentlich hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft von nöten ja ja ich weiß aber wir müssen erstmal etwas bauen äh was macht er das ist fantastisch Errungenschaft äh ja aber wieso verwandelt er sich naja gut na gut das ist nicht so wichtig so kommt ihr rüber kommt ihr da natürlich Worrowind kriegt erstmal wieder eine drauf vom Halb natürlich nicht mit Absicht versteht sich so weg damit so hier ist wieder Feuer kann ich nochmal schnell Mr. Fantastic kannst du da mal gucken natürlich nicht das Feuer ist wieder im Weg so aber jetzt geht er durch los geht er durch Tadaa oh ja was wollt ihr denn oh jetzt haut doch mal drauf Mr. Fantastic haut drauf Schubst ihn sehr schön aber ah ja ok verwandeln ok und das ist ja nicht schlecht wobei das Gesicht sieht hoch sehr lustig aus muss ich sagen so nun sind wir wieder vereint wir müssen uns jetzt da hochboxen na erst war es erst war es so gelblich jetzt ist es grün nein ha ich hab es doch fast gehahnt dass das schief geht deswegen bin ich lieber auf Nummer sicher gekommen und drauf smash sehr gut danke 3 von 5 ok wir müssen sehr gut aufpassen was mir alles zu spüren dass wir auch alles wiederfinden das wäre natürlich auch nicht schlecht dass wir wieder alle 3 finden gut hopp ähm ja wie funktioniert das jetzt oh ah ok ok sehr gut einfach mal von A nach B laufen jetzt ganz langsam rüber balancieren hopp oh sehr langsam und jetzt drücken ziehen und doppelpack ja ja naja ich weiß Halb kann mit seiner Kraft das Ding raushämmern was wir natürlich gleich mal machen werden boah so und höch damit ok Halb du bist bereit und Wolverine klettert jetzt hoch was natürlich so wie ich grad sehe um oh Gott oh Gott das war ein bisschen zu ja allerdings aber wir können und wir können was bauen dann bauen wir mal wieder ja ich weiß noch nicht ob ich hier lang laufen will ja dass es hier noch irgendwelche Besonderheiten gibt die wir jetzt nicht kriegen aber wir müssen erstmal mit Mr. Fett dann testen hier laufen der grad hängen geblieben ist das ist feilig ok los kletter hoch kletter hoch kletter hoch hopp na hopp 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 ziehen 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 ok der Hulk ist oben und das Feuer bringt den Hulk können wir jetzt natürlich nicht einfach so mal rüberspringen beziehungsweise auf dem Holz laufen weil das würde er einstürzen weil es so schwer wie er ist ist und ja ich weiß ich kann mich auch verwandeln in Bruce Banner was ich vielleicht mal machen sollte so ok und jetzt können wir einfach mal hier spontan rüber laufen dann werden gleich wieder wütend Hulk passt mit aus Hulk Wut Anfall so smash Hulk smash und alles kaputt ok das gehörte anscheinend auch dazu dass wir den jetzt mal kurz in Bruce Banner verwandeln und dann wieder zurück verwendet verwandlung in ein äh Feuerwehrauto ja ja es kommt hin kann ich hier nochmal kaputt machen hm kann ich nicht das Ding kaputt machen schade aber dafür kann ich die Tür kaputt machen ja hallo tschüss tschüss aua eyyeyyey aua aua ich sehe diese blöden Mutanten da also jetzt die bösen da ne die tun mit ihren Elektron hab ich jetzt alles geschockt und dumm mh mh naja wir werden das mal hier hochgehen mit dem guten alten Loken mh mh ok Strom läuft nicht so mhm 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 mh 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 Kann nicht hochlaufen? Ah, okay. Nein, ihr könnt mich nicht in ein Monster verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Logan, Mastermind, lässt dich glauben, wir seien deine Feinde. Du musst dich wehren. Autsch, was ist hier los? Wieso kriege ich jetzt eines drauf? Ach, ich muss den jetzt angreifen oder was? Es tut mir leid, Logan. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Boah. Hm, na cool, jetzt müssen wir ihn angreifen. Nee, 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 jetzt lass mich doch mal treffen. Mann, lass mich ihn doch treffen. So, sehr schön. Jetzt bist du frei, Logan. Logan. Logan, komm zu dir. Komm zu dir, hau dich selber, genau. Oh, ich? Wo? Was ist mit mir passiert? Bist du okay? Mastermind hat die Kontrolle über dich übernommen, Logan. Oh oh, ich glaube ich weiß, wer jetzt kommt. Oh nein. Der weist sich ein wissenschaftlicherer Geist für kontrollierbarer. Oh shit. Du musst kämpfen, Richards. Oh nein. Was zum Teufel? Hilfe. Hilfe. Ah. Hilfe. Was tut er da mit mir? He, lass ihn los. He, lass ihn los. Acht. Alter, bin ich wieder gekommen. Ich muss jetzt gegen irgendwelche Alpträume von denen kämpfen. So, jetzt aber. Zack. Komm, hau drauf. Hau schon drauf. Mann. Genau, konzentriert dich. Oh Gott. Oh Gott. Und los. Und los, drücken. Ja. Sehr gut. Oh, jetzt kommt natürlich das Schlimmste von allen. Bruce Banner. Oh nein. Beide. Ich muss gegen den Hulk und Bruce Banner kämpfen oder was? Na, wenn ich jetzt hier mal treffen könnte. Äh, warum? Das ist jetzt verraschend, wieso kann ich dich nicht treffen? Hm. Das ist ja jetzt, wow. Alk, komm zu dir. Ich weiß sonst nicht, wie ich dich treffen soll. Oh Gott. Jetzt hör auf. Oh mein Gott. Der Hulk, der Hulk. Oh nein. Ah, Bruce Banner, Bruce Banner. Nein, 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 jetzt wird er wieder böse. Ah, okay, wir müssen also quasi irgendwie so hinkriegen, dass er sich verwandelt mit einer Zanner und ihn dann angreifen. Aber wie habe ich das gerade gemacht? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Na komm schon. Boah, nein. Ich schlitz ihn ja auf, aber nichts passiert. Ist ja fantastisch, übernimm du das Steuer. Aber wenn ich erst zurück, ist es jetzt. Aber, hä? Boah, jetzt, jetzt komm. Banner, es tut mir leid, es tut mir leid, Banner. Oh, Mann. Oh Gott, oh Gott, er brischt wieder aus. Er wird hüten, er wird hüten. Au. Hurra, wir haben den Halb umgehauen. Es tut mir leid, Halb, es tut mir leid. Worrying, alles gut. Oh, oh, was ist jetzt? Manchmal wünschte ich, ich hätte Regenerationsfähigkeiten. Ja, wir suchen uns jetzt mal das Original raus und da ist es. Ach. Da, halt. Schau, da unten. Magneto hat den Reaktorkern freigesetzt. Ab mit ihrem Kopf. Ich bin so frei. Errungenschaft, freigeschaltet. Liberty, was ist das, das können wir. Mastermind. Volle Punktzahl, 100% wieder erreicht. Sehr schön. Und jetzt haben wir insgesamt zwei Bauteile gefunden. Oh, mein Gott. Stanley in Gefahr. Dafür haben wir Stanley gerettet. Eins, zwei und drei. Jetzt haben wir 35 von 250 Goldsteinen. Und ja, meine Freunde, ab hier mache ich ein kleines Folgenpäuschen. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin sage ich erst mal Tschüss und genießt die nächste Folge. Beziehungsweise das nächste Kapitel. Ich starte es jetzt und ciao. Ciao. Los zum Flugzeug, so schnell ihr könnt. Ihr müsst Asteroid M noch vor Magneto erreichen.